Yo, was geht? Willkommen zu meinem kleinen Bast und das Lustige ist, das waren bis jetzt nur zwei Szenen, wir waren sogar zu dritt und der hier meinte trotzdem reinhacken zu müssen. Das Ding ist, wir waren sogar nur zu dritt und das waren nur ein paar Szenen davon, das ist jetzt eigentlich quasi nur eine längere Szene und das reicht eigentlich schon für ein Bann, weil es zwei Sachen miteinander war. Ich werde mich auch nachher mit dem Mod in Kontakt setzen und den Spieler wegbannen lassen, so viel kann ich ja sichern. Äh, das war, wie gesagt, ist das einfach nur eine kleine Szene, aber das ist nicht mal der ganze CW, es gab noch viel mehr Unleashed-Stellen, äh, aber wir gucken jetzt erstmal hier diese, äh, das an. Okay. Okay. Bis jetzt alles soweit ganz, okay, gut. Hier ist jetzt erstmal der Astrid, der wirkt ein bisschen skurril, also, ja, ein bisschen skurril wirkt der jetzt schon, aber, äh, ist auch noch nicht so, dass er genau gegen Block läuft, das heißt, ja, aber, gut, das ist nicht mal der Hit sein kann, weil er genau gegen Block hier gegenläuft, aber gut, ne, ähm, dann, okay, dann wollen wir mal den nochmal angucken, weil danach kommt direkt nochmal eine Szene. Also jetzt erstmal hier der Hit, okay, ist, äh, vollkommen legitim. Oh Mann, ich zeig jetzt mal kurz die zweite Szene, erstmal noch den letzten Hit hier einmal kurz ablaufen lassen, um einmal genau die Blocke zu zählen. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ein nach außen, sechseinhalb Blocke Range ist da. Hm, kann auch nur eine 4,5er Range sein, die verzögert kam. Okay, äh, und jetzt kommt der nächste Hit von ihm, das ist nämlich das Interessante, nämlich hat er das zweimal direkt miteinander, äh, gehabt, das ist nämlich gut, da muss ich das jetzt nicht schneiden, Spaß, ähm, aber da kommt jetzt schon noch so ein, naja, ich will jetzt nicht sagen Unlegit-Hit, aber, ähm, ich krieg den Hit jetzt nicht so wirklich auf den Spieler, hm, alter Attack-Dill, oh Junge, ist der Geist nicht zurückgeblieben. Ähm, auf jeden Fall sieht man hier jetzt schon ein bisschen, dass es jetzt nicht so möglich ist, den Hit zu bekommen und Speck, geh weg. Junge, es ist überall Specks rum, äh, es ist nicht so möglich, diesen Hit zu bekommen, ich bekomme den irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Hm, könnt ihr jetzt aber gerne mal testen, ob ihr den bekommt, einfach ins Replay springen und testen, ob ihr vielleicht diesen Hit bekommt, ähm, also ich bin ganz ehrlich, den bekomme ich jetzt nicht wirklich. Gut, und, äh, da bin ich auch nochmal hier ganz ehrlich und zwar, diesen Hit bekomme ich auch nicht wirklich rein, weil dieser Hit ist halt einfach komplett unmöglich. Es wäre schon schwer, wenn er hier steht, aber wenn er da vorne steht, ist es natürlich extremst lächerlich. So, das Ding ist, ich könnte mir das ganze Replay nochmal angucken, wenn es sich als Banggood reichen sollte, was ich stark bezweifle, ähm, da könnte ich mir einmal das ganze Replay nochmal angucken und das dann den Kommentar-Team schicken, äh, bis jetzt werde ich das einfach nur so schicken, wenn, äh, es noch irgendwelche Problematiken gibt, dann werde ich natürlich die ganzen anderen Szenen raussuchen, weil dieser King Fabi hat ziemlich obviers reingeggelt. Ich habe jetzt auch kurz ihm eine Frage geschickt, damit auch kurz mal ein Replay nachjumpt und, äh, nachdem wir es ihm gezeigt haben, erst mal, äh, ja, band mich doch, band mich doch, band mich doch, dann, äh, sagte der Fabi auch, oder hat Fabi und die ganzen anderen Possible-Typen uns mit dem Grund Beleidigung gebannt, wenn niemand von uns beleidigt hat. Aber gut, ne, die Banngründe sind auf jeden Fall respektabel gewesen im Test, ähm, einer, der nicht mal was gesagt hat, wurde aus unserem Plan sogar für Beleidigung gebannt, aber gut, ähm, ist auf jeden Fall logisch und, äh, jetzt sagen die am Ende, ja, weil einer hackt, macht nicht den ganzen Clan schlecht, aber sich, äh, anfangs zu fünf darüber lustig machen, ha, 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 ja, hacks, 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 hacks. Und wieso sehe ich im Replay den Levy-Muss-Rug nicht, ey? Äh, ja, Levy-Muss, okay, ähm, das ist auf jeden Fall so, der Stand der Dinge. So, wir sind auf jeden Fall ziemlich legend unterwegs. So, wir sind bei dem Kupik next. So, wir sind in der Hauptsache, die wir haben, die wir hier nicht mal angesehen. So, wir sind hier, die wir sind, die wir hier sind, die wir uns am Ende, wie, äh, ha, 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 ha! Vielen Dank.